Und damit ein ganz wunderschönes Ahoi, Ahoi liebe Spaßgesellschaft und willkommen zurück bei Let's Play Comane Conquer 3. Wir sind immer noch in der GDI Kampagne und jetzt geht's ab nach Kairo. Neutralisieren sie den Aurora Raketenstützpunkt in Kairo, der die Philadelphia zerstört hat. Schalten sie das Silo und die Steuereinrichtung aus, Commander. Diese Mission ist die Rache für alle Toten auf der Philadelphia. So, dann liege ich mir bei Luz. Sie haben Befehl, einen Aurora Raketenstützpunkt von Nord im Norden Kairos auszuschalten, da von dort die Philadelphia angegriffen wurde. Dieses Ziel hat für die GDI weltweit die höchste Priorität. Die Zeit drängt, der Feind wird vermutlich alle Waffen in seinem Arsenal abfeuern, wenn er sich bedringt fühlt. So. Initialisiere Video-Ablink. Nord bereitet einen neuen Aurora-Angriff vor, Commander. Die Startrampe muss schnell zerstört werden. Dann sammeln sie ihre Truppen und löschen die gesamte Anlage aus. Empfange Nachricht. Die Aurora-Anlage ist eine Gefahr für die gesamte GDI. Zerstören wir sie, bevor sie noch eine Rakete abfeuern. Klingt doch nach einem Plan. Für diesen Beute ist das Nord-Hauptquartier, das diese Region verwaltet, untergebracht. Zerstören sie es, um Nord aus Ägypten zu jagen. Grüß mal hin, ne? Hoffe ich zumindest mal. Bau abgeschlossen. Dieser Nord-Stützpunkt ist gut gesichert, vor allem das Haupttor. Suchen sie andere Zufahrten, um durchzubrechen. Aha, wo haben wir denn eine andere Zufahrt? Was? Wo? Ach, die Kraftwerke besitzen oder zerstören. Das finde ich schon mal gut, dass man die Wahl hat. Neue Bauoptionen. So. Dann schauen wir doch mal, Gefechtsstand haben wir schon, dann... Hier sind keine Flugabwehrstellungen, Sir. Wird gebaut. Was, da sind keine? Ah, okay, verstehe. Dann soll ich wahrscheinlich hier so rüberfliegen. Und da ein bisschen Quatsch machen. Klingt nach einem Plan. So, aber wir brauchen erstmal noch einen Tiberium-Sammler. Was? Oh, wer? Erschreck mich doch nicht so mit so einem Quatsch, der nicht stimmt. Wird gebaut. Oh, Mist. Wir haben ja ein Zeitlimit. Aaaaaah! Das ist ja... Start der Aurora-Rakete in fünf Minuten. Ist mir leider erst jetzt tatsächlich aufgefallen. Was brauchen Sie? Ich regel das. Oha. Es geht los. So, wenn wir hinten keine Flugabwehr haben, könnten wir doch hier theoretisch drüberjumpen, oder? Ja. Okay, dann versuchen wir es doch mal. So, dann haut mal schnell hier alles weg. Mein Gott, rennt doch nicht erst da hin, sondern ballert einfach. Was stimmt denn nicht mit euch? Wow! Ja, das war kacke. Okay, ich sollte ganz schnell mal ein bisschen ein paar Luftfahrzeuge bobbeln. Ja, toll. Jetzt habe ich alle hier hingelockt. Das ist Käse. Ungeeigneter Bauplatz. Ach komm, erzähl doch nicht. Ungeeigneter Bauplatz. Ach man, ist doch egal, wo steht so. Ungeeigneter Bauplatz. Mach hin, ne. Neue Bauoptionen. Feindliche Einheiten in sich. Ausbildung. Oh Mann, oh Mann. Ob das was wird, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Orca bereit zum Abheben. Ausbildung. Orca einsatzbereit. Start der Aurora-Hakete in drei Minuten. Auf diese Weise können unsere Einheiten natürliche Hindernisse und Bodenstellungen überwinden. Hä? Auf welche Weise? Sehr schön. Beförderung ist doch was Feines. Orca bereit zum Abheben. Sind bereit. Bau abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. Völlige Überlegenheit. Mammut rückt vor. Macht sie glatt. Dann alles noch. Roger. So, dann einmal hier links bitte hin. Und schaut mal, dass ihr die Stromversorgung unterbricht. Stabilisatoren aktiviert. Feindliche Einheiten in sich. Orca unterwegs. Angriff. Treifen an. Und jetzt hier am schnell wieder zurück. Start der Aurora-Rakete in zwei Minuten. Wir drücken. Unbesichtbar. Ah, Mist. Jetzt habe ich gepennt. Bin unterwegs. Ei, 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 Leute. Das wird doch nichts. Unsere Basis wird angegriffen. Toll. Ich habe einen Kraftwechsel stört, aber irgendwie... ...hat das ja mal so gar nichts gebracht. Das ist natürlich kacke. Ausbildung. Feindliche Einheiten in sich. Warte mal, ich bin so ein Depp, warum habe ich jetzt hier keine Luftangriff gemacht? Verdammt, nochmal. Egal, nochmal. Wir fliegen mal hier oben hin und machen mal die Kraftwerke platt. Verstanden. Orca ist unterwegs. Wir hoffen, dass das wenigstens was bringt. Start der Aurora-Rakete in einer Minute. Einheit wird angegriffen. Ziel, Ziel. Oh, die Lasten haben wir schon bereit. So, ein Start-Au-Rakas unter Wegen erpasst. Ziel, Ziel. Okay. Jetzt habe ich zwar meine ganze Luftstreitmacht verloren. Unsere Basis wird angegriffen. Wow, was kommt denn da alles angerollt? Ach, du Scheiße, nee. So, du sei mal so gut und fahr mal ganz schnell. So, das war jetzt dezent knapp. Okay, jetzt kann ich vielleicht mich endlich mal aufs Wesentliche konzentrieren. Sorry, ich war jetzt ein bisschen schweigsam. Ups. Nehmen wir doch mal dich vom Strom. So, wieder ran mit dir. Okay, jetzt mal eins nach dem anderen. Erst mal ein bisschen sowas wie eine Streitmacht aufbauen. Das wäre schon mal ganz nett. Arsenal wäre auch nicht verkehrt. Was haben wir denn hier? Das Railgun-Upgrade ist aber übelst teuer. Oh, warte mal. Hier sehe ich doch ein ganz leckeres Tiberium. Fällt auch shit. Jetzt hat er das reaktiviert, der Sack. Ausbildung. Auf zur Front. Mammut einsatzbereit. Mammut-Panzerbereit. Meine Befehle. So, warte mal. Wir machen mal ein Landvermesser, damit wir da hinten einen Vorposten errichten können. Unbesiegbar. Unsere Basis wird angegriffen. Ein Hurt wird angegriffen. Vor-Kamera, bereits mal abheben. So, dann lasst mal schön knacken. Bereifte Basis erweitern. Los geht's. Feuer. Vor-Kamera, bereits mal abheben. Sehen wir uns mal um. So, einmal da hinten hin. Mammut-Panzer. Meine Befehle. Ja, Sir. Ja, Sir. Ja, Sir. So, ihr auf die Dry. Feindliche Einheiten in sich. So, warte. Oh, Scheiße. Scheiße. Oh Gott, was schick ich denn auch alleine da hin? Was stimmt denn nicht mit mir, verdammt? Das war knapp. Ja, Sir. Löscht sie aus. Überrollt sie. Auf sie. So, die kriegen wir wohl platt, werde ich doch mal hoffen. Überrollt sie. Löscht sie aus. Hallo, wollt ihr mal schießen? Meine Befehle. Geht doch. Mammuts-Panzer bereit. Leere mich. Okay, die Türme kriegen das wohl so hin. Dann auf nach da hinten. Oha, neue Geheimdienstdaten. Fehler mit tödlichen Folgen. Was? Oh, Moment. Die starten ja noch eine Aurora-Rakete. Das sollte ich vielleicht mal versuchen zu verhindern. Ich hole mal ganz kurz einen Ingenieur dazu. So, dann hole du doch mal einen Transport. Ach, das gleiche könnte ich doch mit dem Landvermesser machen. Dann eine Tiberium-Raffinerie schon mal bauen. Nein, das wirst du nicht schaffen. So, dann einmal rausschmeißen. Bau abgeschlossen. Ich kümmere mich um alles. Gebäude eingenommen. So. Wird gebaut. Ja, Sir. Erwarten Befehle. Bauer abgeschlossen. Feindliche Einheiten in Sicht. Wird gebaut. So, einmal da hoch. Bitte die Kraftwerke platt machen. Unsere Basis wird angegriffen. Weil, warte mal. Wenn wir das doch sehen, dann könnten wir doch eigentlich das so machen. Feindliche Stützpunkt in Sicht. Sofern die überhaupt da durchkommen. Ja, doch. Sieht ganz gut aus. So. Okay. Die Orcas werden leider verheizt von mir. Zumindest ein wenig. Ach, du lädst gerade ab. Silos brauchen wir jetzt schon. Ach, du Schreck. Oh. Wir bräuchten hier auch nochmal was ganz anderes. Nämlich ein bisschen Feuerkraft. Und ein paar weitere Mammute. Wir müssen ja auch irgendwann mal vorpreschen und auch mal angreifen. Angegriffen. Bau abgeschlossen. Tiberiumfeld abgebaut. Wird gebaut. Ai, 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 ai. Wird repariert. Bau abgeschlossen. Einheit wird angegriffen. Los geht's. Wird gebaut. Wird repariert. Mammut einsatzbereit. Bereit. Bau abgeschlossen. Einmal ganz schnell reparieren lassen, bitte. Donkey. Okay. So. Dann lasst ihr euch mal reparieren. Wir müssen hier unsere Verteidigung erstmal wieder hinstellen. Und dann müssen wir auch gucken, dass wir mal etwas gegen Infanterie machen. Deswegen holen wir uns gleich mal 10 BMTs und 10 Infanterietruppen. Oha, da kommt jetzt aber einiges auf uns zu. Infanterietruppe bereit. Wird gebaut. Unsere Basis wird angegriffen. Infanterietruppe bereit. Man hat sicher einheit in Ansicht. Bau abgeschlossen. Infanterietruppe bereit. Wird gebaut. Völlige Überlegung. Aber Gott sei Dank müssen wir uns keine Sorgen um irgendwelche Luftanglaufe machen, weil da hält es sich ja doch dezent zurück. Infanterietruppe bereit. Mammut einsatzbereit. Infanterietruppe bereit. So, und ich würde sagen, wir machen gleich nochmal den besagten Infanterietruppe bereit. Plan mit unserem Mammut rückt vor. Wunderschönen kleinen Landvermesser. Dass wir den dann da oben hin karren und hier dann eine Tiberium-Raffinerie etablieren. Bereit für Basisarbeitung. WMT einsatzbereit. Landvermesser. Wie sehen Sie, also los. Ja, Sir. Erwarten Befehle. WMT einsatzbereit. So, du da rein. Ihr geht da rein. Ihr geht in den rein. Ihr in den. Es kann losgehen. WMT einsatzbereit. Gruppentransporter. So, da hätten wir noch ein paar. Pilot hier. WMT einsatzbereit. Unsere Basis wird angegriffen. Sind unterwegs. WMT einsatzbereit. Wöllige Überlegenheit. Bodenunterstützung. Ausrücken. Infanterietrupp. WMT einsatzbereit. Es kann losgehen. WMT erwartet Befehle. Bodenunterstützung. Meine Befehle. Einheit wird angegriffen. Energieversorgung der Aurora-Anlage reaktiv. Oh, geht er mir schon wieder damit auf den Senkel, Larry. WMT einsatzbereit. Alles klar. Feindlicher Stützpunkt in Sicht. Ausbildung. Bereit. So, bitte nicht so weit vorrücken. WMT, wie ist der Plan? Einheit bereit. WMT erwartet Befehle. Melden uns zum Dienst. Infanterietrupp. So, dich haben wir noch. Völlige Überlegenheit. Und dann können wir auch mal langsam mal sicher vorpreschen. So, aber damit wir gleich nicht wieder zu viel Geld haben. Mammut einsatzbereit. Bereit. Mammutpanzer. Es kann losgehen. Bereit für Angriff. Wir kommen. Nähern uns Ziel. Ziel bestätigt. Einmal zurück, bitte. Das war ganz schnell. Don, geh. Wobei, wartet mal. Ich habe noch ganz vergessen. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen was erforschen. So, und du einmal bitte rausschmeißen. Ziel wählen. Koordinaten erhalten. Bereiten Bombenabruf vor. Sehen wir uns mal um. Sehen wir uns das mal an. Mammut einsatzbereit. Einmal bitte das Land vermessen. Vielen Dank. Völlige Überlegenheit. Ich komme. Einheit verloren. Operation läuft. Mocker-Einheit. Stabilisatoren aktivieren. So, was können wir denn noch schönes machen, um den auf den Senkel zu gehen? Bau abgeschlossen. Mammut einsatzbereit. Mammutpanzer bereit. Commander. So, das passt soweit alles. Ich würde sagen, Repression mal vor. Pilot hier. Ziel kommt schnell näher. Angriff 9. Mammut einsatzbereit. So, und da wir jetzt so furchtbar viel Geld haben, würde ich sagen, pfeifen wir jetzt einfach mal auf die Stabilität unserer Einheiten. Formulieren wir es mal so. Im Zweifel kaufen wir einfach neu. So, wenn ihr einmal vorpreschen würdet, bitte. Dankeschön. Gut, ich glaube, den wird es gleich zerreißen. Mammutpanzer. Kommando. Macht sie fertig. Ziel bestätigt. Feuer. Bereit. Ja, natürlich sind wir durchgebrochen. Oh, Alter, du bist ja doch ein bisschen gastig. Moin. Ich hoffe, sie konnten ihrer bisherigen Erfolge auskosten, weil hier nämlich ihre große Erfolgsgeschichte endet. Feuer. Alle Nordgebäude zerstören hier. Das sollten wir noch hinbekommen. Alter, fährst du jetzt echt da hoch? Dein Ernst? Gut, wer Nummer 1? Gönn dir. So, ich würde sagen, wir tingeln jetzt erst mal hier rechts entlang. Ach so, du kannst einfach den das Feld. Du bist ja ein freches kleine Schweinchen. Und hier erwartet Befehle. Haltet durch. Ziel bestätigt. Völlige Überlegenheit. So. Kriegen wir doch alle zusammengestampft. Hier ist. Energieversorgung der Aurora-Anlage reaktiviert. Das glaube ich nicht hin. So. Kann es sein, dass dem das Geld ausgeht? Den bekomme ich so verdammt, gefühlt verdammt wenig gegenwehr. Greife an. Nähere mich. Los geht's. Nähere mich. Einfach bereit. Was für ein Spaß. Los geht's. Feuer. So, ich hoffe, ich verpeile jetzt gleich nicht einfach irgendwie... Einheit befördert. Ziel wählen. Komm, musst du nicht mal... Ne, passt leider nicht. Okay, schade. Mammut-Panzer bereit. Nähere mich. Greife an. So, einmal bitte schießen. Dankeschön. Mammut-Einsatz bereit. Bereit. So. Anlage wäre schon mal down. Löschen Sie aus. Damit wäre ein Thema schon mal durch. Lötet. Muss ich jetzt auch hier diese Random-Gebäude alle zerstören? Ich befürchte, ne? BMT, wie ist der Plan? Gut, ich meine, was heißt schon, ich befürchte? Also, das muss halt gemacht werden. Mammut-Einsatz bereit. Komm, Mammut-Einsatz bereit. Ziel bestätigt. Einheit befördert. So, einmal bitte zurück. Mammut-Panzer. So, und ihr kleinen Schweinchen, macht mal bitte hier ein bisschen Feuerwerk. Was? Ich habe ganz vergessen, Mammut-Panzer zu bauen. Das gibt es doch nicht. Meine Befehle, halt an. Los geht's. Gut, machen wir halt alle Random-Gebäude hier mal platt. Ja, ich habe doch schon ein paar verloren. Das finde ich nur bedingt geil. So. Komm, da habe ich doch genug Platz. Ach ja, ein Silo habe ich hier noch gebaut. Mein Gott, ey. Ich bin echt irgendwie gefühlt ein bisschen dement. So, wir erforschen einfach mal alles. Ist das auch ein Gebäude hier? Ja, aber Tatsache. Das auch. Das sowieso. Kriegen wir doch alles kurz und klein gehauen hier. So, wo noch? Ja, der Mörser, der hat beim Pitbull, der hat doch was für sich, muss ich sagen. So, so viele Gebäude noch. Mann, 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 Mann. Komm, holen wir uns einfach mal ein bisschen Feuerunterstützung. Zwar vollkommen sinnlos und verschwenderisch, aber hey, scheiß drauf. So, ihr könnt da mal ein bisschen Gas geben. Ach, hat er jetzt endlich mal die Stromversorgung hier quasi versemmelt? Jupp, Tatsache. Was? Ihr kleinen Schweinchen. Mein Gott, ich habe ein bisschen viele Mammuts. Und es wird auch nicht weniger, finde ich gut. So, jetzt hat er aber wirklich mal stromtechnisch ein bisschen verkackt. So sind das alle... Nein, oh, da steht noch ein bisschen was. Das wäre ärgerlich, wenn es daran scheitern würde jetzt bei der Mission. Also, dass ich dieses Bonusziel schaffe, meine ich. Wollen wir das bitte alles kaputt machen? Okay, scheinbar hat das... Wie heißt das? Der Luftangriff. Nicht so viel Gebietsschaden, dass er hier, wenn ich zwischen zwei Gebäuden reinhaue, dass er da den Schaden macht. So, Bonusziel hätten wir erreicht. Das ist gut. Dann preschen wir doch einfach mal los. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Verstärkung dazu. So. Hat ich nicht gerade noch eine Stealth-Einheit geortet? Okay, anscheinend nicht. Egal. Ja, komm, dann noch mal hier die Gebäude kurz und klein und dann hätten wir die Mission auch endlich geschafft. Schwing! So, da ist auch noch einfach aus Prinzip. Sehr gut. Okay, bei Deming an Tiberium war es, obwohl wir auf Schwer spielen, doch relativ easy. Obwohl ich am Anfang ein bisschen nervös war. Aber gut. 24 Minuten haben wir gebraucht. 6,37 ist das Verhältnis. Wir haben 30 Einladen verloren. Das ist ganz schön viel, aber... Naja, wir hatten ja genug Kohle. 163.000. Mein Gott. Was eine Wirtschaft macht. So, Ziele haben wir alle erfüllt. Optionale Ziele haben wir ebenfalls alle erfüllt. Und wir haben auch alle Informationen. Das ist doch super. Ihr Lieben, ich bedanke mich wie immer für's Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski. Tschüss, Sikowski.